So Leute, da sind wir wieder. Und es geht weiter. Weiter, weiter, heiter, immer weiter. Und mal schauen, was als nächstes auf uns zukommt, würde ich sagen. Ich suche gerade mal meinen schlauen Zettel mit den ganzen Interpretationen, die ich mir schon ein bisschen vorgeschrieben habe. Und, ich würde sagen, es geht weiter. So. Es ist nun schon wieder zwei, drei Tage her, seit ich weitergespielt habe. Und, ja. Gucken wir mal, was ich in den zwei Tagen wieder massives Verlern hat. Oh, hallo. Ein kleiner Creeper. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Na, klasse. Komm, die Staschen werde ich wieder verletzt, dass ich so klasse. Kann ich hier rein? Ne, aber ich sehe schon. Da hinten ist ein Vieh, was mir in den Kragen will. Jetzt geht weg. Jetzt erkenne ich kaum was. Also nicht, nicht nur ihr. Ah, hier kann ich rein. Hooray! Ich meine nämlich, irgendwo geht es weiter hier oben. Wo guckst du hin, James? Hoffentlich kein Gegner. Ah, cool. Pistolen. Munition. So, sonst etwas in dem Raum. Was ist hinter der Tür? Ah! Ich glaube, ich weiß, was hinter der Tür sein muss. Ah! Ich halte die Schnurze. Ich halte die Schnurze. Oh, es ist du. Ja, ich bin James. Angela. Angela, okay. Ich weiß nicht, was du planst. Aber da gibt es immer noch eine andere Art. Wirklich? Aber du bist genauso wie ich. Es ist leichter nur zu gehen. Außerdem ist es was wir deserve. Nein, ich bin nicht so wie du. Du bist Angst? Ich bin nicht so wie du. Ich bin nicht so wie du. Es ist okay. Du hast deine Mutter gefunden? Noch nicht. Sie ist nicht irgendwo. Sie ist in diesem Abitur? Ich weiß nicht. So? All you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? I... I'm sorry. Did... did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I... I'm sorry. It's okay. Anyway... She's dead. I don't know why I think she's here. She's dead. Don't worry. I'm not crazy. At least, I don't think so. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! 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 I'm sorry. I... I've been mad. Please... Don't! No! 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 I'll hit everyone once again. Wir haben uns das Messer in diesem Raum, der ziemlich, äh eine ziemlich tiefe Decke hat. Und das Messer schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und oh mein Gott! Ich bin relativ getroffen. Wir nehmen lieber mal ein Gesundheitsdrink. Gut. Das Messer von Angela. In der Klänge wird etwas Roten besudelt. Wird noch nicht als Waffe benutzt. und ich will die münze da haben jetzt haben wir drei münzen und ich schätze mal das wird reichen zu angela wie gesagt wird es auch noch eine interpretation geben das war es auch schon ich meine hier lag auch nicht mit der munition rum dann will ich mich direkt mal dem rätsel widmen damit wir gucken das gedicht das erste richtig schwere rätsel und ich glaube auf jeder schwierigkeitsstufe ist das gedicht ein anderes und immer ein bisschen verworrener ganz kurz nase putzen leute sorry heuschnupfen ich weiß die kommode war hier drin glaube ich nein da war der speicherpunkt kommode komm raus wo bist du komm mal raus ich musste dich eröffnen zuvor dass der sitz dessen der einzig ist still und leer ohne furcht und hörten neben dem sitz einer der weiß der platz des dieners ist neben dem thron voll schmerz also wir haben eine münze des häftlings eine schlange und ein alter mann und zwei müssen leer bleiben ich gehe jetzt einfach mal aus dass wir das ganze von links nach rechts bearbeiten zuvor dass der sitz dessen der einzig ist still und leer das könnte eine vermutung darauf sein moment ich schreibe mir mal ganz kurz auf 1 2 3 4 5 dass der linkste ganz leer ist neben dem sitz einer der weiß würde ich jetzt mal alten mann reinsetzen alter mann der platz des dieners ist neben dem thron voll schmerz schlangen neben häftling wer jetzt so meine interpretation von diener häftling und schlange schmerz irgendwie sowas dutzende füße doch kein einziger c die schlange ja der eine der verborgen ist neben ihm rg auch wieder schlange klar ohne 10 und der eine der verborgen ist der häftling klar ist weggeschlossen kreatur des hades ist schätze ich mal auch die schlange verführer der träume klar paradies weiter vom mann näher bei der frau heißt weiter vom alten mann entfernt also würde ich mal sagen dass die schlange entweder auf dem vierten oder vom fünften platz kommt und da der häftling immer daneben ist ja von mir bei der frau mann und frau alles schauen schuf unbekümmert um des rabens rufen schon verborgen die zwei sind nicht für dich schauen mein kind still und verborgen die zwei sind da ich keinen plan habe würde ich jetzt einfach mal schätzen dass die schlange und der häftling auch wieder so einen leeren platz zwischen sich haben oder würde irgendwie sinn machen keine ahnung wenn ihr meinen schon verborgen so dass diese alte mann so ziemlich alleine ist und diese beiden da irgendwie weil die meinung sind die bringen sie dort hin wo sie wollen und sie sehen ja seit dahin mit dem polar stehen hinter mir spreche ich die sonne keine ahnung das wahrscheinlich irgendwas von den jörn das ist voll toll wenn es löst so also ja ich würde es ganz gerne jetzt lösen alter mann verwenden ich würde es ganz gerne das loch stecken gesetzt dem fall es ist wirklich von links nach rechts ich brauche ein bisschen fahrstellung musik das wäre super machen wir erstmal den häftling auf vier und schlange auf fünf wenn das nicht klappt versuche ich ihn mal zu tauschen also keine ahnung ich hoffe mal ich hoffe mal das klappt jetzt ich hoffe ich dass das so ein 30 part ding wird jetzt nur wenigen rätsel übrigens da fällt mir ein es wurde in video 4 gefragt vom guten ghost von ghost was es mit diesem störgeräusch auf sich hatten ist mir eingefallen und hat nicht geklickt okay ich versuche umzudrehen was mit diesem störgeräusch auf sich hat ich hätte gerne die raus genommen und die auch was es mit diesem störgeräusch auf sich hat das geräusch passiert oder findet quasi statt wenn gegner in der nähe sind und ich finde es ziemlich interessant weil die störfunktion auch selber was unangenehmes hat man mag man mag keine störfunktion bekommt das bisschen gänsehaut und so das finde ich ist ein ziemlich cooler effekt des spiels selber so schlange kommunizieren rechts daneben der hälfte versuchen wir es mal bitte klappt ja ich bin keiner guten hoffnungen und und jaja jawohl geil wie geil ist das denn bitte schlüssel zum haus lünen ok geil habt geschafft und mein menü spart wieder rum jaja schlüssel zum haus lünen es war ein münzen rätsel tisch auf dem zettel steht die lünen oder allein oder wir haben uns ausspricht ich weiß es nicht ich möchte aber vorher gerne mal ganz kurz speichern denn jawohl haben wir das Rätsel geschafft. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Speichern. Yeah. Hm. Wo können wir die denn anbringen? Wo guckst du wieder hin, James? Was gibt's hier? James, du guckst hier wieder irgendwo hin. Gib mir zu. Was hab ich gefunden? Ich bin mal wieder... Weißer Chrissam. Eine Glasflasche, die ein milchig-weißes Salbol enthält. Okay. Ah, genau. Es gibt ein bestimmtes Ending, auf das ich später noch zu sprechen komme. Oder am Ende zu sprechen komme. Für das man... Boah, dieser kleine Creeper geht uns auf die Misse. Für das man, ähm... verschiedene Items braucht. Geht aber, glaub ich, auch wieder nur beim zweiten Durchlauf. So, das geht, das geht. Da hinten... Ich schau mal, ob's da hinten weitergeht. Ich seh wieder mal... wirklich null. Oh, jetzt hab ich die Karte geöffnet. Ich hab mich schon gewundert. Ha! Ich hab vorbeigelaufen, Bitch. Kaputt. Und... zu. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Lauf vorbei, bitte. Lauf, James. Lauf, action. Okay. Ich kann wirklich auch von dem Creeper wieder... angemacht zu werden. Wow! Wow, 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 wow. Du bleibst schön da, wo du bist. Hopp. Gehen wir mal eins höher. Ich glaub, die Türen hier... sind wenig öffnungsbereit. Oder? Die nicht. Denn... will ich gar nichts probieren. Lass mich bitte in Ruhe. Du mich bitte auf. Du mich bitte auf. Dankeschön. Ich versuch's mal eine Tasche höher. Ich mein, wir mussten hier nur in Schüssel und dann auf die zweite Ebene. Bin ich mir ziemlich sicher. Do, do, do. Und da ich keinen Bock hab, jetzt hier gekillt zu werden, gehe ich lieber mal erstmal auf die zweite Ebene. Lass mich da loschen killen. So. Okay. Was sagt die Karte? Gehen wir mal einfach mal nach oben. Das ist zu. Das... Ah! Cool. 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 Ich mein, mich erinnern zu können, dass es in diesem Raum hier ein ein bestimmtes Mysterium gibt. Und dass man normalerweise hier jemanden flüstern hört. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gehört habt und ob ich einfach nur blind bin. Ich höre mir nachher nochmal die Aufnahme an. Normalerweise hört man ihn flüstern. Es gibt gemunkel, dass es von einem, ähm... von einem, äh, Voicer ist. Also, dass er hier irgendjemand, ähm... Voicesamples macht. Auf jeden Fall sagt der irgendwas von wegen Going Home, Do Some Laundry, Do Some... Keine Ahnung was. Ich gucke... Ich höre mir das gleich nochmal an. Aber erst mal speichern. Yeee. Oh.